Was geht, Leute? Mein Name ist Lote-D-D-Danny P-P-P-P-Nitsch. Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander bei Modern Warfare 2. Weiter geht's, Leute. Wir versuchen, die Atommombe zu bekommen. Ähm, gut, dann wollen wir mal. Achtet noch ein bisschen doof, ob die Cam laggen wird. Äh, weil wenn nicht, dann benutze ich immer meine echte Kamera, die besser aussieht. Äh, ich denke, ich werde das abwechselnd machen, weil es nicht mehr laggt, dann ist ganz gut. Ich benutze jetzt etwas, ein anderes Aufnahmegerät, weil vorher hat's gelaggt. Aber vielleicht lagst du jetzt nicht mehr, weil weiß, deswegen. Ähm, gut, wir fangen an, indem wir, ich weiß gar nicht, wo wir versuchen, wir eine Atommombe zu bekommen, ne? Dann würde ich sagen, wir spielen Herrschaft. Obwohl, nee, nee, lass uns das mal Team mit mir versuchen, macht mehr Spaß. Vor allem, wenn wir mal eine schlechte Runde haben, endet das Spiel ja ziemlich schnell wieder. Deswegen müsste das ganz praktisch sein. Äh, link in der Beschreibung zu GGGGameKey, for me. Und link in der Beschreibung ebenso zu, äh, der Playlist, wo es alle Parts gibt, die ihr verpasst habt. Falls ihr welche verpasst habt, wer weiß. Und, äh, dann würde ich sagen, es geht mit einem Team, der von euch auf Aufkan los. Was ziemlich, ziemlich cool ist, denn ich liebe Aufkan. Solche Web müsste es echt mal, äh, echt mal wieder geben. So, wie ich das Spiel schon ziemlich voll angeschritten. Und es lag auch ziemlich stark, ja. Ich merke schon, es lag sehr stark. Aber naja, gut. Gut, da ist ein Sniper da hinten. So, den haben wir eliminiert. Vielen Dank für den Kill, mein Freund. Es lag wirklich sehr stark. Was mich so ein bisschen tausig macht. Aber das Spiel ist sowieso bald vorbei. Das heißt, wir können die, glaube ich, wechseln. Und wir sind auch sehr stark. Ich kann, ich kann die nicht töten. Ich kann die einfach sehr schwer töten. Heilige Scheiße. Ich hasse Lags. Heiliger Mist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist nämlich so nett, so heftig. Zwei Stiche. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Naja, gut. Wir gewinnen ja auch gleich. Also, das Spiel ist ja sowieso gleich vorbei. Deswegen ist es eigentlich ziemlich egal. So, da haben wir jemanden. Vielen Dank für den Headshots. So. Die Gegner sind schon sehr schlecht. Also, wirklich nicht so toll. Aber na gut, egal. Gut, die befinden sich wahrscheinlich, ist es alle der Dirner. Den wollen wir mal keinen Besuch abstatten. Und sie sind kleinen Freunden. So. Okay. Der Team wurde weggeholt. Ja, da spiele ich gleich vorbei in zwei Kills. Deswegen, ja. War ziemlich schade. Ich werde gleich die Lobby wechseln müssen, weil es zu sehr geleckt hat. Aber na gut. Also, es macht auch wirklich keinen Spaß, wenn Tose lag. Was? Heilige Scheiße. Na gut, egal. Ja. Hat super Spaß gemacht. War ziemlich scheiße, muss ich sagen. Also, weiß nicht. Ist natürlich ziemlich blöd, aber das sind halt die Folgen, wenn es keine Server in Scroll of Duty gibt. Es gibt ja keine Server, es gibt ja einen Host, der, ne, jetzt spielen wir auf Roster, will ich sowieso nicht spielen, deswegen wechseln wir natürlich die Lobby. Ich glaube, um diese Uhrzeit spielen zum einen nicht so viele Leute, weil ich es gerade an einem Freitag aufnehme. Und Freitag ist immer so ein Tag, wo natürlich jeder abends weg ist. Ich persönlich bin Freitag nicht so oft weg wie Samstags. Samstags bin ich wesentlich öfter weg. Samstags sind auch die meisten Leute übrigens weg. So. Gut, das nächste Map ist Karachi. Mal sehen, wie weit das vorangeschritten ist. Würde mich interessieren. So, wir spielen mit der UMP. Ja, es hat eingefangen. Und wir haben vier Striche, was sehr schön ist. Wir spielen wahrscheinlich nur mit Amerikanern. So, dann wollen wir mal. Und mit Franzosen natürlich. Ja, die dürfen natürlich nicht fehlen in der Lobby. Die sind natürlich immer wieder dabei. Hm. Ich gehe mal hier hoch. Die spawnen ja auch dort. Vielleicht kann ich von oben jemanden wegholen. Mal sehen. Okay. Oh nein! Da waren so viele! Da waren so viele. Oh mein Gott, wie die alle hochkommen. Oh mein Gott, nein. Ah nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht der, bitte. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das macht so einen Spaß. Die können einfach nix machen. Das ist das Problem. Alter Schaf, du heilige Scheiße. Oh nein, ich hab ne Harry, aber... Oh nein, 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 nein. Ich mach schnell, ich mach schnell, ich mach schnell. Oh nein, was soll ich machen, Leute? Verstecke mich mal kurz hier. So. Oh mein Gott. 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 Heilige Scheiße. Ich hab nur zu Herzklopfen. Komm schon, Harry, mach Kills. Mach irgendwas. Bitte. Ja, auf diesem Punkt ist natürlich die Harry ja nicht so effektiv. Komm schon, Harry, bitte. Ja, nice, 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 nice. Noch eikel, noch eikel, noch eikel. Mach noch eikel. Ja, hab ich gehört. So, mal sehen, was ich reißen kann. Hier ist ein... Oh. So, hier ist ein sehr gutes... Oh, das ist nur ein Teamate, alles klar. Gut, dann wollen wir sehen, ob wir sie bekommen können. Aber ich denke eher nicht, weil diese Map nicht so gut dafür ist, aber... Gut, lasst uns versuchen, optimistisch zu denken. Scheiße. Ja, ich merk schon. Also, ich denke, ihr seht auch schon, was das Problem ist. Aber man, ich kann... Komm schon. So. Ja, die werden jetzt nicht spawnen, aber... Ja. Was soll ich... Ach, Park. Komm schon, komm schon, komm schon, mach dich. Oh, nice. Ich spawn so perfekt. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Flieg bitte richtig, bitte. Flieg bitte, bitte. Du mir den Gefallen. Flieg richtig, bitte. Bitte. So. Hier. Nein. Ach, du heilige Scheiße. Na, super. Ich mein, es gibt ein... Oh, nein, 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 nein. Was mach ich da, was mach ich da, was mach ich da? Ich bin behindert, Alter. Es war... Fehlt noch... Ja, es fehlt noch ein Kill. Ein Kill fehlt noch, Leute. Ein Kill. Achtung! Feindliche Vorräte! Es fehlt noch ganz genau ein Kill. Ein Kill fehlt mir noch. Ein Kill fehlt mir noch. Ein Kill fehlt mir noch. Vielen Dank. So. Das war nice. Das war sehr cool. Es ist schon lange her, dass ich Atomoba hatte. Es ist schon sehr lange her. Wow! Ich liebe deine Muskeln! Ja, das hat die wir gar nicht erwartet, ne? Puh! Alter, hatte ich Herzkloppen zum Schluss. Ich hatte echt Herzkloppen zum Schluss, aber richtig. Ah, na gut. So. Stellen wir es mal auf stumm. Guck mal, der eine hat 1 zu 16. Das sieht so aus, als würde ich geboostet haben oder so. So. Sollen wir hier dimbleiben? Ich weiß nicht. Ski-Draw ist nicht die beste Map, um eine Atommombe zu bekommen. Ne, die ist eigentlich sogar ziemlich schlecht für eine Atommombe. Ich habe eine Nachricht bekommen. Geil, Mann. Ich liebe Nachrichten. Ja! Nice one. Ich will dem Antworten. Ne, nicht so. Thanks. Thank you. Ja. Nachrichten. So, der ist natürlich ganz eifelwürdig. Das kann ich aber auch verstehen. Weil natürlich bekommt nicht jeder eine Atommombe. Hatte schon sehr, sehr oft einer. Super oft einer. Also, das kann man gar nicht, kann ich gar nicht mehr zählen, so oft als ich einle. Ah! Ne, doch. Ich habe schon die richtigen. Killstreaks. In elf Level schalte ich die nächste Killstreaks frei. Ach, du scheiße. Sauert ja noch eine Weile. Level 36 hier in Wege gerade. Was ziemlich, ziemlich gut ist. Ich denke, ich werde weiter mit der UMP spielen. Ja. Ich denke schon. Klar, logisch. Ja. Ich nehme mich auch. Ja, ja. Auf Skidrow. Ich meine, auf der letzten Map war es auch nicht gerade wahrscheinlich, dass wir eine Atommombe bekommen, weil der Hubschrauber Schütze einfach nicht viel macht. Es hat noch ein Kill gefehlt. Gut, da hatten wir ein bisschen Glück, ne? Aber wir hatten halt einfach Glück wegen den Spawns, weil die nicht sich gespawnt sind. Aber es gibt einfach so viele Häuser hier, dass es quasi schon unmöglich ist, würde ich schon sagen. Es seien die Spawnen, da hinten, da hinten. Dann ist es möglich, aber sonst eigentlich nicht. So, mal sehen. Ich packe mal hier eine Claymore. An die habe ich mich mittlerweile auch schon gewöhnt. Oh, scheiße. Oh nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, was soll ich machen? Oh, aargh! Wer hat denn den Stuhlfünter? Dieser Pisser. Ich muss sagen, ich spiele die Map aber auch echt nicht gerne. Also, ja. Ich spiele die Map einfach nicht so gerne. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Oh, mein Gott. Diese Laprika ist ja auch so, ne, ne? Oh, mein, ach du, meine Güte, Alter. Der Typ, der zerstört uns alle mit seiner Stuhlfünter. So, mein Freund, nix. Da, gib mir deine Spaß. Die leiche ich mir kurz aus. Spaß ohne Schein. Das ist einfach besser, würde ich sagen. So, knapp daneben ist auch vorbei, mein Freund. Knapp daneben ist auch vorbei. Ach so, feindliche Vorhilfe! So. Jetzt mache ich mal das selbe Spielchen, was er gemacht hat. Gut, ich spawn da, ich weiß wo. Oh, Mann! Ja, dieses Spiel, na, Mann. Ja, das läuft gerade gar nicht. Ich habe gesagt, läuft es gar nicht. Die Map macht mir aber auch keinen Spaß, würde ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, hier gibt es zu viele Campers-Bots irgendwie. Ich habe zwar eine Zeit lang gesagt, dass... Oh, mein Gott. Oh, mein Gott! Ich habe eine Zeit lang gesagt, dass die... Dass MB2 mein Lieblings-COD ist. Aber wenn ich so drüber nachdenke, auf Dauer ist Black Ops 2 mein Lieblings-COD. Aber das macht keinen Spaß. Tut mir leid, das macht aber keinen Spaß. Und ich kann nicht mal ausrasten, weil es spät ist. Obwohl ausrasten richtig gut tut. Aber ich wollte die AK aufheben. Okay, da kommt mein Teammate lang. Das heißt, ich spawne hier irgendwo, jaja. So, Volltreffer, vielen Dank dafür. So, vielen Dank dafür für den Kill, mein Freund. So, vielen Dank dafür. So, danke dafür. Mal sehen, ob die... Also, wenn wirklich jemand jetzt dadurch, ne? Oh, mein Gott. Das sind so viele. Heilige Scheiße sind da viele. Verbündete Harrier kommt. Was soll ich machen, Leute? Ich bin umzingelt. Ich bin so ziemlich umzingelt, könnte man sagen. AK-gefickt. Ja, könnte man sagen. Meine Harrier wird niemals Kill-Zie machen. Niemals. Nee, niemals. Ich hab auch keine Munition mehr, fast. Na, sie juckt. Da oben. Da oben, da oben, da oben. Oh. Ich geh mit deiner Waffe. Vielen Dank. Nein! Ja, Mann. So eine Dummheit. Ohne Scheiß, ihr wisst gar nicht, wie lustlos diese Map macht. Überhaupt irgendwas zu schaffen. Die macht, das macht einfach keinen Spaß auf dieser Map. Die Map ist echt nicht so toll. Aber es gibt sie in jedem COD. In jedem COD. Das ist... Ich sag ja nicht, dass die Map schlecht ist. Das ist sie ja gar nicht. Aber in jedem COD gibt es eine Map, die euch auf die Nerven geht. Hier in der Climber platzieren ist auch ganz gut eigentlich. Macht immer irgendwie einen Kill. So, der Typ ist hier. Vielen Dank für drei Killz, meine Freunde. Vielen Dank. Nein, das... Ich weiß gar nicht, was hier geschieht. Es ist einfach zu viel los hier gerade. Bist du nicht deine Waffe wechseln soll. Oh, ich hab ne Clamer, ja. Oh Mann, 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 Mann. Scheiße. Oh Mann. Ja, ich sollte mich nicht über jeden Tag aufregen. Wir können hier versuchen, das Spiel wenigstens zu gewinnen. Das wäre ja keine schlechte Idee. Ja, super. Ja, gut, der hat die Farmers. Ist natürlich tausendmal besser als die UMP. Auf weite Distanzen. Wir sind in Führung. Genauso wie du. Aber das wollte ich... Oh Mann, ich vergiss immer, dass ich... ...keine Samtex dabei habe. Nur wieso vergess ich sowas immer? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, schon wieder. Ich hab keine Samtex dabei, Danny. Ich will mal die MP5. Die ist nämlich richtig stark, Leute. Oh Mann. Ich glaub, ich werd mal mit der MP5 spielen. Ich mach das mal gleich. Die ist super stark, Leute. Die ist super stark. Hat er die MP5? Hat er die MP5? Bitte sag ja. Nee, der hat die Ska. Ah, okay. Ja, da will ich mich mal gar nicht besperren. Ist ja auch ne gute Waffe. Wir sind in Führung. So, der Typ ist da reingegangen. Ins Haus. Alles klärchen. Hat er vielleicht die MP5? Nee, leider nicht die MP5. Der kommt hier lang. Der töten wir kurz. So, danke für die Kill. Weil sie ist sehr zu schätzen, mein Freund. Da drin ist einer. Die kommen alle von hier, gerade alle. Der hat, der, der hat die MP5, so scheiße. Ich hebe dort immer die Waffen, nee, genau. Oh nein. Aber wir sind da wenigstens am Gewinn. Ja, wir haben gewonnen. Das ist gut, das ist gut. Wir haben gewonnen. Das ist sehr gut. Meine Haare werden immer länger üblich, jetzt auch an den Seiten. Schon werden ziemlich lang. Ich lasse ihn nämlich lang wachsen für die Leute, die sich interessiert. Ein 26 zu 13. Ja, ja. Na gut, na gut, na gut. Das weiß was für diese Lobby. Lass mich mal wissen, ob es gelächtert hat oder nicht. Für mehr Gameplays, link in der Beschreibung zu der Playlist und zu GameKey von Mi4Winz die SpieleKeyes. Und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und zu kommentieren. Und abonniert meinen Kanal, um unsere Information beistreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao.